Alter, ich spiele schon wieder! Ey, mach doch Rehroll! Nee, aber... Ich mein' mal... Vielleicht gewinnen wir jetzt! Hercules... Jetzt wird er hier noch weggewürfelt. Hercules, Janus... Und Janus! Und Janus! Wir haben... Wir haben zwei... Äh... Ne... Ähm... Weißt schon... Assassine... Was? Wir haben zwei Assassinen? Ne, stimmt mir gar nicht. Ich bin auch Assassine. Ja, ich hab da nichts von gemerkt. Ne, ich auch nicht so. Ich merk's nur daran, dass ich so schnell umfalle. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also von den Assassinen her sind... Weiß ich nicht... Selbst Thor zählt als Assassine... Ernsthaft? Ja. What the fuck? Aber selbst die... Ich find die Assassinen nicht so krass irgendwie... Bei LOL oder so merkst du das viel mehr, aber hier in diesem Spiel ist das teilweise echt... Obwohl, kommt auch Loki, der boxt schon böse rein, wenn du den spielen kannst. Ja, das ist... Das ist richtig, ich hab mit den meisten anderen nicht. Da machst du auch wie hier mit dem normalen... Popelscharme meistens mehr Schaden. Und wir die Backer zu haben. Beziehungsweise... Beziehungsweise überlebt es wenigstens lange, um Schaden zu machen. Da gebe ich dir recht. Du machst ja nicht unweigerlich weniger. Äh... Wir spießen so ein Tier. Tja, okay. Ich hab's nicht... Warum spiel ich eigentlich die Chars, was ich sowieso habe, wenn schon alle Götter frei sind. Das ist so behindert, ey. Das ist halt zufällig. Ja, aber... Weiß ich nicht. Weint doch nicht rum! Ich hab mich eingestellt, dass ich trotzdem nicht die Richtigen kriege. Ja genau, weißt du, alle wollen dich boykottieren. Ja, das glaub ich nämlich auch langsam. Na, den nicht. Ja, das glaub ich. Ja, das glaub ich. Ja, das glaub ich. Er läuft nicht. Da bin ich davon. Ach shit, die Kacke. Man. Pippi Kacke. Ich wollt den ranziehen. Ich treff heut nicht. Nö, ich merk das schon. Was hat ja wohl gewohnt, Herr Kuless? Hehehehe. Weiß gar nicht, was macht der... Der Janus, der gibt mir vor euch die Nüsse. Der ist schwul. Der verballert jetzt schon sein ganzes Mahnen. Mach den der Poseidon da hinten oder was sagen? Wie? Baka, Suga oder keine Ahnung. Der kommt gar nicht oder was? Der chill. AFK. Naja. Das war voll gut. Kommt jetzt nicht weg, Mann! Leck mich an den riesigen Boden, ey! Mann! What the fuck, ey! Das ist schade. Ich lass den nicht wegkommen. Du behindert! So was kümmerst, ey. Ich lass den nicht wegkommen. Oh, schade. Ich hätte nicht sterben müssen. Ganz ehrlich, ey. Hehehe. Hey. Ai, 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 ai. Ich habe sowas auch bodenmäßig, ey. Na, der ist so, weiss nicht, so lala. Ich fand den, als ich den gespielt habe, na, er war halt okay, aber jetzt nicht so, dass ich sage, boah, den muss ich unbedingt haben. Geiles Ulti. Der war echt geil, oder? Nein! Zwei Kills! Yeah! Okay, die rocks diesmal. Der Mann schreibt die mal mit an eigentlich, what the fuck, ey. Du, äh, warte Art, du müsstest rum. Alter, ey. Scheiße. Wirklich viel macht so nicht das denn. Der Baka-Schwuchtelkopf klingt auch bis rum. Bleib dein lol. Ich habe ihn nur irgendwie, ähm, Minions fressen. Ist ja jemand anderes nicht. Glaub nicht, ey. Okay. Ach, jetzt nochmal angreifen, oder was? Guck mal an, den ich den habe. So hund ich aber dann. Ich komm net hinter denen her, Seffi. Na klar, Alter. Jetzt kommt doch die Alte an, ey. Ich hab nen Kill gekriegt. Ah, 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 ah. Kein Kill zum Ryan ist das. Ich hab's auch nicht verstanden, warum ich nen Kill gekriegt habe. Dein Spastelbierer. In meinen kleinen süßen Knöll-Babys. Ja klar. Ich will was zu mir Bordzeichen. Der fettete Ante-Tix wird mir geschenkt, ey. Na klar. Nee, du kümmerst dich nicht um die und streichelst sie jeden Tag. Um Gottes Willen. Soll ich mit ins Bettchen nehmen, mit den Haaren dran. Jetzt wirst du aber ekelig. Wieso? Also... Du müsstest ja angreifen, Klink, ruhig hinten rumschiffen. Unglaublich, ey. Ich will mich doch mal. WTF? Oh, wie der Notgear auf mich ist. Oh Gott, nein, 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 nein. Vergiss es, Freund. Jetzt nicht. Wie hab ich den jetzt bitte getötet? Ich war nicht mal in der Nähe. Nee, das frag ich mich halt auch teilweise. Wie, wie? Wie, wie, wie? Wie? Funktioniert das? Wie funktioniert das? Geht ihr ja doch keiner ab, ey. Geht ihr ja doch keiner ab. Wie, wie? 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 Huure, Alter. Clever Abgang! Ahhhh. Wie ist geil, ey. Wie ist es geil, ey? Wie wäre es geil, geil? Ach, schmacht, achts. Ich kann jetzt den ranholen. Wenn ich bin, treffe! Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh Gott, oh meinst! Diese rotzige Scheiße mit dem D-Wack-Team. Oh, ist klasse! Das war blöd jetzt. Oh, ich dachte immer, der hat sich das gleich mal drin, Alter! Was macht der denn mit seinem Vollzimmer? Oh, Mann, ey! Ugo ist afghan! Unracing hot! Ja, dies, dies... Sowas fliegt mich einfach auf, ey. Dies ist afghan, das stimmt, ja. Das, das find ich auch klasse. Sowas sieht man dann im Spiel und deswegen verliert man. Oh, sie bewegt sich! Glaube ich. Schrecklich. Wo bin ich so nah dran hoch? 3TF! Jetzt hab ich die Scheiße von dem Drecksack ins Gesicht bekommen! Alter! Ach, Mann! ja genau hallo ich versuche mal den reinzuziehen und bin ich jetzt runtergefallen das denke ich auch da wollte ich mich hochheilen und solange sie plattgemacht habe ist alles gut dann könnte er jetzt ein stück vorlatschen vielleicht schaffen es mal ihren turm irgendwie platt zu machen ne glaube ich nicht dran nein ich glaube auch nicht ne phonecalls machen und so der zur ist abgefahren oh man wdf war das dein ulti oder was ich denke ja ich weiss es nicht ich kenn den lustig resnet ok so was steht auch was hinten rum und kackend essen el das ist überhaupt nicht zusammen bei so Er ist ein klaren YOLO und sein Name ist Forever Alone. Er gibt keinen Sinn. Kannst voll knicken hier. Ich will dich gerne aufgeben. Noch nicht. Und dann Artemis reporten. Ja. Ich kann nichts machen da. Ja, renn rein aus dem Fluchstör! Du bist richtig krass. So Baynot kann man nicht sein. Ja, klar, natürlich. Du bist schon bescheuert. Ich durfte aber echt ins Leben gebrauchen. Ich durfte aber echt ins Leben gebrauchen. Das ist nicht zu machen. Ich guck mal ein Level von ihr an. Wir sind einfach eine 3,4 Level vor uns. Ja. Deswegen gesagt, schon die Schlampe. Ich geh'n wahrscheinlich mit. Nee, das ist nicht so geil. Ja. Und nicht einfach nur rumstehen. Und hey, hey. Ne? Lass ruhig mit angreifen, wenn du willst. Brauch doch nicht. Wir können doch hinten rumstehen. Das wär auch cool. Dann wären jetzt nicht alle gestorben. What the fuck, ey. Hallo! Ich kack ins Essen mehr. Die greifen mir einfach nicht an. Die greifen mir einfach nicht an. Warum nicht? Alter, die haben einen Millimeter drin. Versteh's auch nicht, warum man die immer wegkickt. Was ist denn da? Was ist denn da? Oh, ich komm jetzt hinterher. Ich kack ins Essen. Komm her, Arsch. Schrecklich. Da fällt dir nix ein bei dem Team. Das ist einfach nur scheiße. Ja. Leider gottisch schön. Ich bin auch schön, dass wohl die Winde ist da. Oh Gott. Ich fahr nicht immer meine Orientierung, wenn ich... Wenn ich... Oh Gott. Ach, geil. Oh Gott. Alle verarschen, ne? Ganz ehrlich. Die bleiben einfach nur hinten stehen beim. Die bleiben einfach hinten stehen und machen gar nix. Ja, der Bucker so macht gar nix. Alter, der hat verhackt. Das hat auch nix. Trust this. Nur wer reell. Ja, nicht wahr. Natürlich leckte. Weißt du? Ich hatte auch einen Tag mal übelstes Leck. Warum auch immer. Ne, glaub ich jetzt nicht drin werde. Ja, dankeschön. Sehr schön. Nein, der wird trotzdem reportet. Ist mir scheißegal. Ne, ich report nur Artemis. Ne, ich report die beiden. Stand rum. Ist mir scheißegal. Hätte vorher schon schreiben können. Ach ja.